Guten Morgen Börse Heute ist Mittwoch, der 23. August 2023 und ich hatte überlegt, ob wir heute vielleicht schon vorab einen Blick werfen, ob die heute nachbörslich zu veröffentlichen Nvidia Quartalszahlen. Ich habe mich jetzt aber dagegen entschieden, wir werden es eher kurzknackig, prägnant in Bezug auf den DAX mal halten, denn die Nvidia Earnings, die werden mit Spannung erwartet, das sind herausragende Bewegungen erwartet im Hinblick eben auf die Größenordnung. Aktuell, Optionsmarkt, der preist hier Bewegungen größer in Ordnung von 11% ein. Die Sache ist jetzt jene, wir reden von einer Big Tech Company, wir reden von einer Firma, die von einem Unternehmen, welches eine Marktkapitalisierung aktuell von einer Billion hat, das heißt also eine Bewegung auf die Earnings, die umfasst dann einfach mal 100 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Entweder Aufschlag oder Abschlag. Ist also ziemlich, ziemlich imposant. Wir erinnern uns auch daran, die Earnings, die veröffentlicht worden sind, zum Beispiel vor drei Monaten, haben eine massive Überzeugung gezeigt oder Überzeugung beziehungsweise positives Attribut gehabt im Hinblick auf die Erwartungshaltung. Nvidia hatte eine Guidance ausgegeben, die 60% über der Wall Street lag. Mal schauen, wir haben seitdem weitere Aufschläge gesehen in der Aktie, über 20% weitergelaufen. So, lange Rede, kurzer Sinn, Nvidia Earnings, die werden morgen hier im Mittelpunkt unserer Überlegungen oder auch unserer Nachbetrachtung stehen und was wir dann tradingtechnisch daraus machen können. Heute blicken wir auf den DAX, der eventuell jetzt vor einem potenziellen Break höher stehen könnte, just genau in diesem Moment und was solch ein Break dann nach sich ziehen könnte, sollte er auf den Weg gebracht werden. Was das für den weiteren Kursverlauf in der Woche bedeutet, dazu in wenigen Sekunden mehr. Bevor wir ganz offiziell starten, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Latte sich dann auf xdb.com.de kostenlos eine Demo herunter, teste den Handel risikofrei und schaue, ob der Handel sich mit diesem Produkt für einen eigenen. Sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man natürlich auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vollstehende Risiko, beweis auf xdb.com.de. Nutzt auch gerne die Möglichkeit, den deutschsprachigen Kundensupport von xdb zu kontaktieren, falls ihr Fragen habt zur Plattform, Einrichtung, zur Produktpalette, zur Kontoeröffnung und dergleichen, der Kundensupport von xdb, der stellt euch dort gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Alles, was ich jetzt hier präsentiere, ist bitte nicht als Anlageempfehlung misszuverstehen, sondern rein edukativ, rein informativ. Ihr könnt gerne eure Fragen stellen im Anschluss an das Video, unterhalb des Videos, aber bitte nochmal nichts als Anlageempfehlung missverstehen, rein edukative, informative Inhalte, die ich hier präsentiere. Hier haben wir die Kontaktinhalte, Kontaktdetails, Verzeihung, Kontaktdetails von xdb, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Ganz kurz zu xdb als Broker, wechseler CFD-Broker des Jahres 2023, ausgezeichnet von Brokerwahl. Die Gründe, die dazu geführt haben, für die einmal hier in der Mitte aufgelistet. Ein Grund, der mit Sicherheit dazu beigetragen haben dürfte, ist die intuitiv sofort nachvollziehbare xStation, auf die wir jetzt genau hier in diesem Moment einen Blick werfen wollen. So, und haben hier den DAX einmal auf der Stundenbasis und dann wollen wir auch gleich auf diesen potenziellen Action-Bereich eingehen, in dem wir hier gerade am Handeln sind. Und was ich auch machen möchte, ist, ich möchte das hier einmal ganz kurz visualisieren und zwar nicht mit Rot oder mit Grün, sondern ich möchte das visualisieren möglichst mit Blau. Das ist der Bereich, auf den ich gerade hier ganz wesentlich schaue und zwar denke ich, der ein oder andere erkennt vielleicht potenzielle Trendumkehrformationen, wird das vielleicht hier als Schulterkopf-Schulterformationen vielleicht interpretieren, wird sagen, hier ist doch eine linke Schulter, hier ist der Kopf, da ist die rechte Schulter. Das ist eine inverse Struktur, Trendumkehrformationen, wir halten höhere Tiefs nach den jüngsten Abschlägen, nach dem Break aus dieser Range hier auf der Seite. Ich denke auch, dass das zunehmend und wie auch immer man es dann nennen möge, sei eigentlich egal, dass das zunehmend den Eindruck vermittelt, ausstrahlen vielleicht auch seitens der US-Märkte, hier vielleicht allen voran ganz besonders das Nasdaq, also das Technologie-Sektor, den ich relativ stark erachte, dass wir hier einen Shift zu sehen bekommen, dass die Bullen beginnen, die Kontrolle zurück zu erobern seitens der Bären, die das Ruder zumindest mal in der letzten Woche auch ganz besonders an der Wall Street in der Hand hatten. Und um was es jetzt im Kern geht, ist eigentlich der Break jetzt über diesen Bereich hier, über diese blaufarbene Linie im umptragenden Sinne, die verläuft roundabout hier in dem Bereich 8,30, vielleicht ein Stück höher bis 8,50 ungefähr. Aber sollte dieser Break stattfinden, sollte jetzt ein Bruch höher stattfinden, denke ich, dass wir eine sehr, sehr realistische Chance haben, auf der Oberseite in den Wochenschluss hinein bis in Gefilde hier vorzustoßen, um ungefähr 16.000 Punkte zunächst auf der Oberseite. Vielleicht würden optimistische Kursprojektionen sogar noch etwas höhere Ziele anvisieren. Ich gucke mal ganz kurz hier, das könnte vielleicht sogar sein, dass man sagt, projiziertes Kursziel einer solchen Formation läge vielleicht ja sogar um 16.200 Punkte. Das blieb mir erstmal abzuwarten. Ich würde erstmal die konservative und rein psychologisch relevante Region um 16.000 ungefähr ins Visier nehmen, auf der Oberseite. Und dann würden wir einfach mal schauen, wie sich auch weiter die Vorgaben eben seitens dann der Wall Street hier ganz besonders präsentieren. Wie gesagt, wenn der DAX Tech-lastiger wäre, wäre ich optimistischer. Ich will das auch ganz kurz untermauern. Und zwar nicht nur mit Blick auf den Nasdaq hier an dieser Stelle, der jetzt begonnen hat, nach den Abschlägen in der letzten Woche sich so ein bisschen stabilisieren zu präsentieren, sondern ich blicke mir hier oder gönne mir hier immer einen Blick auf die Qs. Das ist der ETF auf den Nasdaq 100 und wir sehen, dass der die 5-Tage-Linie zurückgeobert hat. Also das ist der QQQ, der ETF auf den Nasdaq 100 auf 30-Minuten-Basis und der EMA 65 illustriert mir dann die 5-Tage-Linie. Und was wir haben erkennen können, anders als die letzten Male, wo wir so einen kleinen Versuchungen zu tun hatten, vielleicht hier ganz besonders auf die Inflationszahlen, die am 10. August veröffentlicht worden sind, am 10. August, also morgen vor zwei Wochen. Wir sind danach relativ stark rejected worden, also wir handelten oberhalb und sind dann in den Folgestunden drunter verkauft worden. Und nach Montag, nach der Rückkehrung, die wir hier zu sehen bekommen haben, waren wir gestern in der Lage, diesen Bereich zu halten. Und das ist der Bereich hier, diese Region um ungefähr 3,62, ist es Pi mal Daumen, die korrespondiert im Falle des Nasdaq 100, wenn wir dann eben in diesen zurückgehen, korrespondiert hier an dieser Stelle mit ungefähr der 14.900er-Region. Mal 5-Minuten-Chart, vielleicht mal kurz aufmachen, dann kann man das hier erkennen. Das ist auch ziemlich genau der Bereich, den ich gestern hier im Guten Morgen Börse für XTW den Kunden präsentiert hatte. Und gesagt hatte, ein Rücksetzer in diese Gefilde ist denkbar, dann müssen wir gucken, ob wir diesen halten können. Das Signal ist klar, wir haben gehalten. Also ich hatte die Linien heute Morgen nur verlängert, ich hatte das gestern hier eingezeichnet. Und wir sehen, fast punktgenau sind wir in diese Gefilde gelaufen. Das ist die Region um die Hochs, hier von Montag initial, die dann rausgenommen worden sind in den Abend hinein, wo ich auf die erste Handelsstunde eben schaute, erst nach zwei Handelsstunden und sagte, das ist für mich ein signifikanter Bereich, wenn wir in der Lage sind, den zu halten, könnte das weitere Aufschläge nach sich ziehen. Und das sieht jetzt zunächst erstmal gut aus. Sollten wir also diesen Bereich halten können, sieht das danach aus, als wenn wir auch die 5-Tage-Linien zurückerobern. Und genau, infolgedessen ist dann eben der Break hier und die Rückeroberung der 15.000er-Marke sehr, sehr wahrscheinlich. Das ist allerdings, wie gesagt, der Tech-Bereich. Und von dem hat der DAX jetzt nicht so viel abbekommen. Der S&P, der muss da noch ein bisschen was zeigen. Der hat nämlich bis dato diese 5-Tage-Linien noch nichts zurückerobern können. Und da müssen die Bullen sich noch ein bisschen anstrengen. Ist natürlich auch wesentlich breiter aufgestellt. Da kommen Financials rein, da kommen Energie-Unternehmen rein und dergleichen. Und hier haben wir nach den letzten zwei Wochen Abgabedruck, haben wir bis dato eben noch nicht die Rückeroberung der Kontrolle seines der Bullen zu sehen bekommen. Aber nichtsdestotrotz, was noch nicht ist, das kann durchaus noch werden. Nvidia, wie gesagt, heute nachbörslich mit Zahlen, potenziell diesbezüglich ein Impulsgeber. Vielleicht auch am Freitag, Jackson Hole mit Jay Powell, der dort Ausführungen zum aktuellen Geldpolitischen Kurs vielleicht da bietet. 16.05 Uhr ist da ziemlich genau der Termin. Wir können hier auf den Kalender gehen, gehen auf die ganze Woche und dann scrollen wir runter bis Freitag. Wir sehen, bis dahin, da passiert nicht besonders viel. Und dann steht hier 16.05 Uhr, Rede von FOMC-Vorstandsmitglied Powell, Fed Chairman Powell in Jackson Hole. Eventuell gibt es irgendwelche Andeutungen, dass wir wirklich ab der Mitte des Jahres 2024 mit Zinssenkung rechnen könnten, weil die Inflation unter Kontrolle hat. Ich bin noch nicht wirklich überzeugt davon, dass dort wirklich ein Game-Change, eine Rhetorik in irgendeiner Form kommuniziert wird. Aber sie könnte Bullishness irgendwie triggern. Das könnte dann auch mal auf den S&P durchschlagen. Und wie gesagt, final dann auch im Falle des DAX eben hier den Run über diese 8.30 auf den Weg bringen, der uns in Richtung 16.000 führt. Noch ist das ein zartes Pflänzchen, noch hat der Break nicht stattgefunden, aber wir sehen einen ernsthaften Versuch. Wir können auch hier auf der 5-Minuten-Basis sehen. Wir halten kontinuierlich den EMA 50 auf 5-Minuten-Basis. Wir haben jetzt hier die Attacke auf die gestrigen Tageshochs nach sich oder auf den Weg gebracht. Und so, wir sehen, das ist dann auch hier eine signifikante Widerstandsregion. Mal gucken, gehen wir drüber. Wie gesagt, könnte das durchaus ein stark dynamischer Move sein. Die Bullen sind jetzt gefordert, aber die Bullen sind dabei, hier zumindest mal eine Attacke zu starten. Und ja, nunmehr haben wir dir die Idee gekommen. Morgen dann, detaillierter Blick auf die Quartalszahlen von Nvidia. Happy Trading. Pass auf, ich stoppe es auf. Wir hören uns morgen. Habt euch wohl. Bis dann und tschüss.